Applaus Als wir in Hamburg gespielt haben, auf einer Hochzeitenveranstaltung, da stand ein alter Mann im Publikum, der zufällig da war, der stand mit so ein paar Freunden von uns da rum und irgendwann drehte sich zu einer Freundin von uns rum und sagte, schon toll, sowas gibt's in München nicht. Gibt's ja ein Buch! Gibt's ja ein Buch! Gibt's ja ein Buch! Musik 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 Das war's. Das war's.